Fälle ohne Akten Eine Kriminalhörspielreihe von Hans Kasper Heute Die Killer vom Rhein Der Junge ist nicht nach Hause gekommen, Vater Da wird er wohl weg sein Der Junge ist seit acht Tagen nicht nach Hause gekommen Da wird er wohl ganz weg sein Feldmanns, Ihr Auto ist auch weg seit acht Tagen Ihr klaut Da wird er schon weit weg sein Da wird er nicht wiederkommen, Vater